ja hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren folge von let's mega projekt hier das original mit dem originalbahnhof auf garderolts minecraft server von six lukas nicht lustig damals wieder so soll es also jetzt werden oder was was ist denn jetzt schon wieder hier müssen überall ins hinterste muss überall so ein baumstamm rein bis hinter noch holpfosten hast du noch so ein holz gerne ich habe ich habe ich habe ein großes boot lukas ja gut wie hoch nein nicht hoch so passt ja scheiße gar nicht da das doch schon ich mach das doch schon immer bloß einen rein warum du tust du sonst auch noch einen rein oder hat den erfolg dreimal auf holz geklopft erzielt hat er sich einen kopf gehauen wahrscheinlich ist der tobi jetzt eigentlich weil da dann weil da drauf dann blätter kommen die noch niemand aus meinem haus geholt hat ja weil sich jeder im haus verläuft ja und ich hole mal okay drei milliarden schienen dabei dann nimm eine milliarde raus und dafür eine milliarde blätter mit auch m nachdem ich hier zu verfolgen was sie ist nicht kaputt muss dies was hat er aber doch mal eine kiste das müssen noch Prozent das habe ich jetzt schon wieder ja dann macht das mal dann macht das mal eine kiste achten holzblätter oder mach eine doppelkiste genau Holzblätter Acht Holzblätter soll ich machen? Acht Holzblätter und davon kriegst du eine Pappschachtel Richtig Du sollst es nicht wegwerfen Du sollst die dahin platzieren Six braucht die Kiste Du hast aber nichts zu tun Ich mache jetzt hier das weiter was du angefangen hast Ist hier ein Loch? Egal Da kommt noch ein Redstone-Lampen rein Ah ja Natürlich, warum frage ich auch Six, kommst du nochmal? Nein Ich hole jetzt einmal Holzblätter Komm mal gucken Six Ich hole jetzt Holzblätter aus Lukas und wir sahen ihn und Six sahen wir nie wieder Hey Muss ich jetzt schon mal einen Eingang finden hier Ja, nee Weiter hinten, also du musst Ach Geh einfach, dass du deinem Stuhl brauchst ein bisschen wie die 40 Ja Ja, das kann sein Mein Stuhl ist quietschig Six Ja, ich bin bei dem Baum Beim Baum Okay, ich zeig dir den Eingang Kommen Der war doch da hinten in den eigenen Haustermall Du musst nicht so weit latschen Gucken Drücken Kommen Einsteigen Hey Lukas, lese mal, geh selbst Ich hole mal 9 Cent's Ton Ich glaube, wir brauchen sehr viel davon, Lukas Ja, dann hol mal Du wolltest ja vorne nicht Habt ihr jetzt ohne mir angefangen? Ja Es gibt 14 verschiedene Laubsorten Welche möchtest du? Die 18.4 Die 18.5 Die 18.6 Ja, Eichenlaub gibt's 18.14 18.4 ist Eichenlaub Keine Ahnung Eichenlaub 18.5 Es hat verschiedene Grünheitsgrade Ja, bring mal mit Irgendweins Ja, und du hast ein Stack davon Ich komm mal selber Oh, ne, hier ist Ah Na, da ist In den unbeschriftenden Kisten ist es Da ist es In den Beschriftenden ist irgendwas drin Weil ich in den Beschriftenden ja auch Platz für 5 Doppelkisten hab Welches hast du jetzt? Das untere Ja, das Lukas, alles in Ordnung? Ja, alles besser Du weißt, so aufregend ist nicht gut für dein Herz, ne? Oh, Mann Sinnlose Happy Was? Ich habe Lukas einen sinnlosen Hebel Ja, der ist sinnlos Kannst du mir glauben Nee, ist er nicht Oh So, wie viel Laub muss ich drauf? Drei, oder? Das ist so geil Was ist denn die Kiste in gepackt, Six? Ja, drei Da oben Zwischen die Gleise hier Dann Hier, schau Hier Hier ist die Kiste, gerade Hast du? Mach du mal dein Design, ja? Nicht klug scheißen Mach es erstmal besser So Hammer des A Wo ist eigentlich der Jan? Ich finde auch Ja, geh mal in Nettle und holen Redstone Äh, Glaston Geh rumma Geh und mach mal Der Lukas Ja, der Lukas, das ist ein schwerer Junge, ich sag's euch So viel wiege ich auch nicht Na, wenn's so weiter frisch schon Wie ein Scheunendrescher Leicht untergewichtig Natürlich Ja, bei der Größe halt Weil du so lang Äh Ja, und einen sauren Stoffwechsel hab ich Und was? Einen sauren? Stoffwechsel Du hast einen Stoffwechsel Sauhohen Ich habe einen Sauhohen Also einen Extremhohen Stoffwechsel Hoch Verstehen? Ja, danke Lukas Soll ich's dir aufschreiben? Mach du dein Design da Und Hörst mal auf zu klug scheißen da Ich klug scheiße nicht Ich möchte nur Die Welt verbessern Warum macht der das eigentlich immer? Ja, weil die Viecher das auch machen So Weil da oben doch der Dienst drin erhockt Oh Lukas, was wird das hier? Alter Design Ja, aber Heute noch? Oder? Ja, natürlich heute noch Kann ich hier schon mal hier weiter bauen? Wahrscheinlich nicht Warte, ich geb dir grad mal Dingens Dann kannst du Stufen kannst du Stufen kannst du bis hinten durchziehen Bist du sicher? Ja, was? Ähm Was ist denn jetzt wieder los? Was denn? Ich kann nicht aufnehmen Ich bin voll Dann mach was in die Kiste So Lukas Was? Nein Nimm mal hier Das Zeug Ich kann Ja, ich hab doch davon noch Ach, dann Ja, dann zieht bis dahinter Ja, so wie du grad gesagt hast Ich dachte, du willst jetzt da oben das machen Ah Lukas, was willst du mal, während du groß bist? Also ich empfehle dir nichts In Richtung Erzieher oder Pädagoge schon mal Das Das taugt dir nicht Ja, wenn Ja Ist egal Ich hab zwei Wochen Praktikum drüber gemacht Gib mir mal, gib mir mal solche, solche Sandstone Slaps Dann mach ich die rein Was? Muss ich dir die jetzt rausprügeln Was hast du grad? Was, äh Was hast du gemacht? Ein Praktikum im Kindergarten? Nein In einer Schule für Ich weiß selber nicht, wie man das nennt Erziehung ist schwierig Ja, genau Halt so Die Lernschwierigkeiten Lernschwierigkeiten, genau Von meinem Freund Die Mutter ist Schuldirektorin in so ner Schule Äh, so, was wolltest du haben, Six Und die Leute dort waren einfacher als ihr Ja Um einiges Okay Warte, die Garts kommen hier hoch Oh ne Booster Warum setzt er immer die Scheißdinger unten ran, das gibt's net Ja, dann hol Booster Rails Diese Geräusche Booster Rails sind hier unten in der Kiste Diese Geräuschkulisse, die ist so geil Hühner, Schweine, Schafe, Six Hast du Sandstone? Nein Warte Die muss überall da, wo es Laub ist Doppelt oder nur eine? Eine Eine Also ich glaube der Lukas, wenn der heute fertig ist, dann überlegt er sich das nochmal, ob er nochmal aufnehmen will War so ein Booster? Warum fährt hier ein Lagerkart spazieren? Ich guck mal ausprobieren, ob's geht Ja Und? Er hat so wenig Booster sind hier Ja, ich bin noch am Leben Genauso wie nach oben Da kommt ein Lagerkart gefahren Hallo Oh, ich hab, Entschuldigung, ich hab's angestoßen So, was machen wir jetzt als nächstes Glossstone in den Länder fahren Was ist denn nicht? Wir können ja mal die mit Die mit Ja, die hier auch auf dem Server sind Vielleicht haben sie ja noch was, weiß ich, zu Hause Ja, genau, die können ja mal mit Mal was mitbringen Garde, du hast doch so viel Sandstone gehört Ja, ich habe ganz viel Sandstone dabei, Lukas Das ist schön, dass du immer so auf mich hörst Ähm, dann craft dir mal bitte Treppen draus und mach die hier bis hinten dran Ich mach mal bis hinten rein Treppen Jawohl Beiden Seiten Ja Mach mal Genau Und Stopp Na doch, mach Ah, Tobi 23 Grüne Ich brauch noch mehr Holz-Slaps Hier, ich kann dir zwei bieten Wo bist du denn? Hier Ich bin hier Hallo Ja, was ist denn jetzt? Hier Ich bin 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 hier Vielen Dank.